Verlusten sein, Natur, Freunde, Kollegen. Ich denke, Velofahren kann man überall. Sicher mal ein Velos, ein Helm. Es ist ein Ausdauersport, wo man sehr viel Velos braucht. Es ist eine kleine Lebensschule. Jetzt haben wir Roger gesehen. Wir haben eine schöne Kurve angefahren, angebremst. Und dann schön durch mich. Ja, bitte, so sie. Losfahren, etwas von der Umgebung mitbekommen. Das kann man beflügeln. Einfach mal auf die Zähne bissen und schauen, wenn man ein Satel durchs Auge gehen lässt. Und dann gehen wir rausfahren. Der Windschatten, dass man sich gebraut, ein wenig nachher fahren kann. Im Moment merkt man einfach, dass die Konkurrenz wird immer stärker. Vielleicht ist es heute schon eine Familie daraus geworden.